Ihr könnt heute und in der Rennanalyse morgen einen Ferrari-Trainingsanzug von Puma in der Größe M gewinnen. Einfach hier in dem Video kommentieren und morgen kommentieren. Jeder bitte nur maximal einen Kommentar und jeder Kommentar ist ein Los. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Video und viel Glück beim Gewinnspiel. Esteban Ocon gewinnt den großen Preis von Ungarn vor Sebastian Vettel. Ja, wer hätte das vor dem Rennen gedacht? Also, ja, äh, absolut überraschendes Ergebnis. Wir werden darüber sprechen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Wir möchten natürlich erstmal darüber sprechen, wie das überhaupt passieren konnte. Ja, es gab ja erst diesen Massen-Crash am Anfang, den Bottas ausgelöst hat. Er hat auf jeden Fall seine Curling-Talente bewiesen an diesem Rennstart, oder? Ja, oder Bowling. Ich meine, der Streik war perfekt. Auch wenn es keine Absicht war, er hat natürlich genau die zwei abgeräumt, die für Mercedes am wichtigsten waren. Aber er hat halt einen schlechten Start gehabt. Dann wurde er umzingelt, praktisch links und rechts. War vielleicht ein bisschen unkonstruiert. Dann hat er zu spät gebremst, das Auto verloren, schiebt den Norris an. Und der Norris trifft halt Verstappen. Dann gibt es die Kettenreaktion. Und wo Perez dann auch noch rausfällt. Also, es war einfach dämlich, aber nicht gewollt. Unglücklich. Ja, tatsächlich unglücklich. Bottas kriegt übrigens eine Plus-Fünf-Plätze-Strafe für Spa. Auf einer Strecke, wo Plus-Fünf-Plätze jetzt nicht ganz so schlimm ist, denn da kann man gut überholen. Ist das nicht viel zu wenig dafür, dass er so ein Chaos verursacht hat? Nee, hätte sie ja jetzt für Ungarn aufgekriegt, wenn ihm das in Sivaston passiert wäre. Also, da muss man jetzt, da darf man nicht katholischer sein als der Papst. Und es ist ja nur Zufall, dass jetzt Spa als nächste Rennstrecke kommt. Sie bestrafen ihn halt für das Sieber als nächste Rennen. Und es ist halt jetzt Spa. Wenn das Monaco wäre, hätte er halt mehr Pech gehabt. Aber es ist halt Spa. Also, das ist schon okay. Also, sind fünf Plätze genug in deinen Augen? Wären es nicht zehn, wenn zehn nicht... Da kann man immer drüber reden, jetzt auch bei Hamilton immer noch in Sivaston. Was ist die gerechtfertigte Strafe für sowas? Es gibt halt so gewisse Strafen, die sie aussprechen. Ob das jetzt schlimmer war, was Bottas gemacht hat, als das, was Hamilton gemacht hat, das bezweifle ich. Aber so ist es halt mal. Weil, er hat halt drei Autos abgeräumt, obwohl die vier ja gesagt, sie untersuchen einen Unfall nur vom Hergang her und nicht von der Konsequenz. Also, gut, kann man drüber streiten. Aber ich nehme es mal so hin mit den fünf Startplätzen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben, ob fünf Plätze genug sind. Ob oder ob ihr das anders entschieden hättet. Ja, dann natürlich Ostroll auch eine ähnlich blöde Aktion. Hat da den Leclerc getroffen, ist da innen über den Körper geräumt. Aber dann hat Leclerc Ricciardo berührt oder Stroll noch Ricciardo. Auf jeden Fall gab es dann so eine zweite Kettenreaktion. Ja, somit waren dann Hamilton. Hamilton konnte sich aus allem raushalten gerade so. Und dann kamen halt auch schon Ocon und Vettel. Dann gab es die rote Flagge. Und Hamilton war dann plötzlich beim Restart der Einzige auf dem Grid. Ja, habe ich auch noch nie so gesehen. Es sah lustig aus. Hamilton alleine zu Hause. Aber da hat Mercedes klar einen Fehler gemacht. Ich meine, eigentlich haben die zehn Punkte verschenkt heute. Nach dem, was passiert ist. Muss man ganz klar sagen. Weil wenn ein Hemmeln-Auni-Box gewesen wäre, hätte ihn keiner mehr in dem Rennen gesehen. Vor allem, wo Verstappen ja dieses weitwunde Auto heute, mit dem er ja weniger Abtrieb, wie Christian Horner gesagt hat, wie ein Haas. Also der hatte ja gar keine Chance, irgendwas Positives noch zu bewirken. Also wie gesagt, Mercedes hatte Glück im Unglück, aber muss sich schon angreifen lassen, taktisch da einen Fehler gemacht zu haben. Mich wundert es eigentlich, dass in diesem hochprofessionellen Sport keiner in der Box so wirklich realisiert hat, mit Streckenkameras oder sonst was, dass die Strecke eigentlich schon ziemlich trocken ist. Und keiner beim Restart aus der Boxengasse mit Trockenreifen gefahren ist. Alle sind ja auch dann reingekommen. Das hat mich da persönlich ziemlich überrascht. Vor allem, die sind ja auch länger schon geschehen, als die da standen. Aber sie konnten auch keine Einführungsrunde mehr fahren. Also als sie während der Rotflagge standen, mussten die einfach gefühlsmäßig entscheiden und haben nur eigentlich den Belag gesehen und den Regen, der an der Stadt und Sieg gerade war. Also das war schon schwierig. Und so ganz blöd sind die ja auch nicht, weil sie ja alle gedacht haben, Intermediate ist jetzt der richtige Reifen. Was ich aber meine ist, bei der Einführungsrunde zum Restart haben halt alle gemerkt, wir müssen jetzt sofort in die Box, weil Intermediate geht nicht mehr, wir müssen sofort auf Trockenreifen wechseln. Das hätte natürlich Mercedes auch machen müssen. Und das verstehe ich nicht, warum die das nicht getan haben. Ich bin überzeugt, wenn sie nicht auf Pol gestanden hätten, Vierter, Fünfter, Sechster hätten sie das auch gemacht. Trotzdem war es ein Fehler, eindeutig. Definitiv, deswegen sind ja alle dann reingekommen halt außer Hamilton. Der wurde auch bei, muss ich sagen, von Sascha Roos und Röpschmacher super kommentiert. Haben sich da noch ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, auf jeden Fall musste Hamilton dann nach der einen Runde, die er dann alleine gefahren ist, dann auch rein. Von Intermediate ist auch auf Medium gewechselt. Und so kam es dann halt, dass Ocon, Vettel und Latifi auf Rang 3. Weil, das war einfach der Wahnsinn, oder? Also für die neutralen Zuschauer. Ja gut, aber das kann passieren, wenn du halt so ein Chaosrennen hast, wo schon ein paar Favoriten rausgekickelt werden in der ersten Kurve und das halbe Feld mehr oder weniger beeinträchtigt ist. Und wer halt sich aus allem raushält und nichts mit der Kollision, der wird halt plötzlich nach vorne gespült. So war es dann ja auch. Und Mick Schumacher war auch Platz 10, obwohl er aus der Box gestartet ist. Das ist nicht normal. Aber das passiert eben genau dann, wenn es so ein Chaos beim Start gibt. Ja, Mick Schumacher hat auf jeden Fall seine Zweikampfwerte und Qualität auch bewiesen. Gegen Max Verstappen hat sich da sowieso ganz gut verteidigt. Sein Punkteplatz über ein paar Runden. Dann aber, ja, war dann doch die Schwäche des Haars zu dominant. Und er ist dann zurückgefallen, leider, aus deutscher Sicht. Ja, weiter vorne, Ocon und Vettel, die haben das Ding dann eigentlich mehr oder weniger unter sich ausgemacht. Aber auch dann ganz am Ende mit der Hilfe von Fernando Alonso. Über sieben Runden konnte er Hamilton einbremsen. Und am Ende war Hamilton dann tatsächlich 2,7 Sekunden nur hinter Ocon. Also hat Alonso auf jeden Fall den entscheidenden Anteil daran oder hat, dass er Ocon... Ich würde sagen, dass Alonso Ocon, aber auch Sepp das Rennen gerettet hat. Ja. Die Überlegung hatte von Hamilton mit seinem sehr frischen Medium-Reifen, war einfach eindeutig, der wäre auch in Ungarn an denen ganz locker vorbeigefahren, wenn er 5, 6 Hunden Zeit gehabt hätte. Also kann man so sagen, Alonso hat natürlich sich im Dienst, hat sich ein bisschen aufgeopfert, weil ich denke, von der Reifentaktik hier hätte er auch früher reinkommen müssen. Aber er wusste, wenn er draußen bleibt und kämpfen kann, dann macht der Alonso ein bisschen Ocon das Leben leichter. Und genau das hat er gemacht und das ist ihm gelungen. Also Teamplayer-mäßig großartig. Ja, mit 40 Jahren fängt das Rennfahren an, so würde ich es einfach mal sagen. Für Sicherheit ist er jetzt am Donnerstag jetzt gewonnen. Das ist mir einfach bei ihm keine Rolle. Ja, das Alter, da müssen wir jetzt glaube ich auch nicht mehr drüber reden. Das war ja auch ab und zu mal ein Thema, ob Alonso zu alt fürs Rennfahren ist. Das hat er spätestens heute, hat er uns Lügen gestraft, dass das auf jeden Fall nicht der Fall ist. Ich behaupte sogar, das war ja auch ein bisschen Glück oder Pech, wer jetzt nach dem Stadtchaos gerade vorne ist. Alonso hätte ja auch theoretisch vorne sein können und er hätte das Rennen genauso gewonnen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber so ist es halt, wenn du halt drei, vier Plätze hinter einem anderen Auto bist, verlierst du halt mehr als die drei, vier Plätze in jeder Runde, sondern durch den Verkehr und den Abtrieb, den du verlierst, bist du da halt gleich mal fünf, sechs Sekunden nach drei Runden hinten dran und das Rennen ist verloren. Ocon war halt vorne und ja, dann hat er das genutzt. Ja, bei Louis Sammelt muss man auch sagen, klar, am Anfang der Mercedes-Strategie Bock, dann aber eine Runde 20 auf hart gewechselt, hat dadurch mit dem frühen Boxenstopp schon ein paar Fahrer geschluckt und dann die Idee mit Medium Ende war auch auf jeden Fall klasse. Ansonsten wäre InterScience geblieben und hätte da Reifenprobleme bekommen mit dem harten. Dann gab es ja, wie gesagt, da haben wir eben schon drüber gesprochen, den Zweikampf mit Alonso. Also da hat er sich auch besperrt, ja, bei so einem Speed, das war viel zu gefährlich, da hat er im Hof von Alonso in der schnellen Linkskurve. Ich glaube, diese Aussage konnte Hamilton kurz danach auch nicht ganz ernst nehmen, oder? Nach dem, was in Silverstone passiert ist. Nein, er war eben, nachdem er bei den Ärzten war, er war völlig ausgelaugt, vielleicht sogar dehydriert ein bisschen. Er hat alles Offizielle abgesagt direkt am Rennen, war aber dann bei der 4-PK wieder, nachdem er den Arzt besuchte, den Teamarzt. Also dem ging es wirklich nicht gut, körperlich. Der war völlig am Ende. Und das hast du auch in der PK noch gemerkt. Das war nicht der Himmel, den man kennt. Der hatte eine dünne Stimme gehabt und war, ja, du hast gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Ja. Und er hat das dann auch revidiert und gesagt, den Zweikampf mit Alonso hat er genossen. War auch besser so, denn der Ausdruck, bei dieser hohen Geschwindigkeit ist das gefährlich. War ein bisschen komisch, 14 Tage nach seiner Aktion in Silverstone das zu sagen. Ja, ich denke, da hat er sich, ja, wie gesagt, sehr gut, dass er es revidiert hat, auf jeden Fall. Ja, Vettel konnte ja den entscheidenden Move gegen Ocon leider nicht setzen. Bei der Boxeneinfahrt, Ausfahrt und beim Rausbeschleunigen von dem Boxenstopp hat alles, waren einfach nicht die 100% drinne. Und der Boxenstopp hat an sich auch ein bisschen zu lange gedauert. Also, Ocon 2,3, er mit seinen kleinen Fehlern, 3,3, das war genau die Sekunde, die vielleicht gefehlt hat. Wäre er vorne gewesen, hätte er keinen Fehler gemacht. In Ungarn wäre Ocon auch nicht vorbeigekommen. Aber so ist es halt und Ocon hat den Sieg verdient. Trotzdem Vettel zweiter Platz, falls er ihn behalten darf. Chapeau. Ja, Vettel hat sich auch wieder nach dem Rennen sehr lautstark geäußert. Haben wir gestern ja auch schon drüber geredet mit den politischen Aktionen, beziehungsweise vorgestern. Ja, der hat sich auch tierisch darüber aufgeregt, dass jetzt vielleicht welche an den grünen Tisch aufgrund dieser Aktionen ihm eine Strafe fängen. Gut, er hat gegen eine Regel verstoßen. Aber diese Regel zeigt schon ein bisschen die Verlogenheit der ganzen Formel 1. Einmal machen sie dieses wie Races 1 und setzen sich für Gleichheit und Freiheit und Demokratie, sage ich mal, ein. Dann haben sie aber die Regel, wenn die Nationalhymne eines Landes gespielt wird, musst du deine T-Shirts wieder ausziehen. Das hat Vettel diesmal nicht getan. Er hat das Regenbogen-T-Shirt angelassen, was natürlich ein klares Statement war und was gegen die Regel verstoßen hat. Also dafür könnte er schon bestraft werden, rein von der Regel her. Was natürlich von der Formel 1 und von der 4, die aber die Re-Races 1-Aktion unterstützen. Und wenn es dann aber wirklich ums Eingemachte geht, dann kann man darüber streiten, ob das nicht wirklich verlogen ist, was die da tun. Also ich ziehe nochmal meinen Hut vor Sebastian. Jetzt kann man sagen, das war dumm, was er gemacht hat. Er hat Sport, Politik gehört nicht in die Sport, andererseits ist er auch älter geworden. Er weiß, dass er eine Vorbildfunktion hat und die nutzt er halt jetzt, um seine Werte und Philosophien, die man schon teilen kann, jetzt in die Welt zu tragen. Also ich meine, da kann man jetzt endlos darüber diskutieren. Ich habe die Meinung, er hat es gut gemacht, er hat alles richtig gemacht. Manche Politiker bräuchten den Mut und den Schneid, den er hat, um auch mal Zeichen zu setzen. Haben sie nicht. Und wie gesagt, jetzt wird halt darüber diskutiert. War es gut, war es schlecht? Da soll jeder selbst darüber entscheiden. Ich sage, er hat alles richtig gemacht. Wer auch vieles richtig gemacht hat, war auf jeden Fall Nicola Latifi, Platz 8. Gestern hat man ihn schon gesehen, auch noch eine zehntelte Russell. Und er ist auch gut durch das Getümmel gekommen und konnte am Ende, ja, ist natürlich von Platz 2 auf 8 zurückgefallen. Aber ich glaube, das kann er trotzdem so unterschreiben. Bärenstarke Leistung und Russell auf Platz 9. Super viele Punkte für Williams. Er ist genauso gefahren wie immer. Alex, muss ich jetzt sagen, er war auch nie ganz schlecht. Aber ich denke, Russell hat ein Problem gehabt. Und Latifi ist konstant gut gefahren, wie sonst auch. Aber ist halt deshalb 8er geworden, weil er hat 6 Autos, die sonst vor ihm waren, nicht mehr im Rennen waren. Ja klar, es sind 6 Autos ausgeschieden. Aber da waren trotzdem noch einige Fahrer hinter ihm. Klar, Verstappen auch in der technischen Schwierigkeit. Riccardo kann auch was gewesen sein. Trotzdem hat er dann noch einen Schumacher, einen Giovinazzi, einen Raikönnen geschlagen. Ja, aber ich bin der Meinung, dass der Williams im Moment besser ist als der Alfa und wesentlich besser als der Haas. Aber ich will jetzt nichts Schlechtes über den Latifi sagen. Ja, das war gut und konstant. Aber ich habe den auch nie so schlecht gesehen, als dass man ihn jetzt so euphorisch loben müsste. Gut, dann war es jetzt mit unserer Einschätzung. Wir melden uns dann nach der Sommerpause wieder mit Analysen. Dann vielen Dank, Ralf, für deine Expertise. Und wir sehen uns dann. Danke dir auch.